Hallo und herzlich willkommen zu Squad Up! Ja, wieder mit dabei bin ich der Marc und wir haben als Gäste wieder den Basti und den Homer. Und Jens von Enter Your Game spielt natürlich auch noch mit. Alles klar, wir spielen Rush großer Bazaar in einem Squad, das wird richtig lustig jetzt. Gehen wir mal Yumi hier. So, wo bin ich gesponsed? Bei gar keinem von euch? Seid ihr überhaupt schon drin? Ne, ich bin green. Schöner schwarzer Ladescreen. Ja, bei mir auch. Spiel halt schon mal ein bisschen, ne? Ach, wenn wir es verteidigen sogar. Ich sehe überhaupt nichts, warum ist der so ein großer, warum ist der so ein Nebel? Oh lol, A ist schon gelegt. Ich will noch nicht mal spielen. Granate zu A, Granate zu A. Direkt an der M kommen. Ich bin tot. Defuse, defuse, defuse. Defuse, defuse. What the fuck, wo kam der denn jetzt her? Ab. Ab ich, hab ich, hab ich. So. Auf B, aufpassen. Von A Richtung Gang, ich bin gestorben bei A. Warte, du wolltest schon. Nice, nice, nice. Jens. Jens, du bist tot, oder was? Jetzt, wo ich schon stand. Immer noch lauter screen. Komm irgendwie nicht rein. So, einfach drauf halten. Ja. Hm. Oh fuck, ich bin down. Leb. Lebe. So, gleich mal eine andere Waffe benutzen hier. B wurde geplantet. Lass rüber, lass rüber, lass rüber, lass rüber. Na, bleibt einer da, bitte. Ich bin bei A noch. Heilung, Retter, Hals, Maul. Ich brauch Feuerschutz, ich brauch Feuerschutz, schnell. Nein, nein, ich bin down. Defused. Ich bin down, ich lieg an der Tür irgendwo. Ja, hab dich. Nice, danke. So, jetzt ist der Jens auch mal im Spiel. Juhu, endlich. So, ich hab, äh. Oh nein, oh nein, oh nein. Alter, wie viele Granaten? Ja, die einzige Methode, die Leute hier auszureißen. Ja, das war schon. Pfff. Ich bin einfach explodiert, ja. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Frames du jetzt hast, aber es tut mir leid für die, die das angucken. 20, geht noch. Es geht. So, ich spawn mal beim Basti. Ich bin wiederbelebt worden. Okay, dann spawn ich beim Basti jetzt. Dann belebe ich hier einfach mal. Wir sollten hier raus. Nein, hilf mir da noch. Lass mich nicht zurück. Nein, warum wird der raus? Ich will da raus. Ich will da raus. Alter, ich guck gerade. Ich seh grad die Gegner, die einfach nur vor der Tür stehen. Und ein Supporter hat da eine Muni-Kiste hingeschmissen. Die haben einfach nur Granaten. So viel spawnen. Endlich so. So, halt. Ich geh um die Ecke. Jetzt aber. Null. Alter, was hier abgeht, ey. Oh nein. Was ich ganz gut finde, die entfernt ist nicht so weit von den M-Koms. Das ist nicht so weit von den M-Koms. Das ist nicht so. Das ist oft der Fehler von Teams. Super weit von den M-Koms entfernt. Ja. Na 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 na. Ja, tsch. Ich, ich lurke nur so um die Ecke und werde direkt abgelehnt. Lurke. Bei A, die kommt zu A. Kriegt mich da irgendwo jemand? Ich lieg bei A irgendwo. Wollen wir A? Auf jeden Fall zu A. Wo läufst du denn da rum? Das ist ja außerhalb des Spiels. Ich attackiere von hinten. Atta, attacke, äh, Atta. Granate, Leute. Granate. Ja, die kommt genau. Der kommt der Granate. Stell euch das dahin, wo ich. Granate. Granate. Jetzt wird von hinten gerailt, habe ich gehört. Oh, ja. Oh, fuck. So, hier. Kann man sich nicht jemanden? Nice. So, lol. So, äh, wo sind wir? So, da. Alter, hier ist alles kaputt. Wir sind nur noch bei Arme. Wirst du sagen? Ja, schnell, 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 push, 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 push. Push, 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 push. Ups. Ah, ich steh hinter Bäumen, ey. Da können wir gar nix, gar nix. Außer wenn der Baum jetzt auf einmal wieder... Geh die unten! Scheiße. Ja. Warte, ich versuch. Du lebst schon. Das von hinten auf freundlich ist ne ganz schlechte Idee. Oh, lebst. Du lebst. Okay. Reines Granatenmetzl. Ja. So ungefähr. Du. Einfach draufhalten, blinden Luftballern. Oh, oh. Ey, wir machen das relativ gut, aber 100 Tickets ist ne schwere, ist schwerer Knackpunkt. Ein schwerer Knackpunkt ungefähr. Schwere Knackpunkt. Ja, mit ner großen Schale. Mit ner knackigen Punktlandung. Der Homer wagt sich ein bisschen weiter raus. Wir müssen das wie so'n Sport-Kommentator hier kommentieren. Oh, da kommt der. Und der nimmt die Chance. Tor! Alter. Ja, diese Form hat er schon lange nicht mehr gezeigt. Wunderschöne Drehung. Das Paar-Spiel ist eine, das ist perfekt. Oh man, jetzt. Du darfst die Knitschuhe. Alter, der kann was auf Knitschuhe was andere im Auto können. Ist das nicht fantastisch? Alter, Alter, komm! Achtung, hier rechts um die Ecke ist jemand. Ja, ja, ja. Den hab ich. Bau mal Muni, ey. Hier, Muni-Guy, der hat sich doch richtig die Haare vom Kopf. LOL, wo die hier rumhalten, Alter. Unter so ner... Oh, Snipe. Hm? Drunter, ne? In der Garage. Wie mies. Ah, die snipen da. Ich bin auch tot. Oh, dammit. Äh, ich spawn mal als Supporter. Ah, und da haben sie es leider nicht geschafft. Wir haben genügt. Haben wir genügt? Haben wir genügt? Haben wir genügt? Okay, da bleibt Medic. Aber was leider nicht geschafft, aber jetzt kommt die nächste Chance. Jetzt fahr ich mal Basti. Rück in Deckung. Was für eine Granate. Pass auf, da kommt jemand. Da ist hier... Da liegt jemand mein Bus. Oh nein, da liegt jemand hinten. Der ist mit M-Komm jetzt. Oh oh. Oh oh. Granate, Leute. Oh, da sind zu viele. 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 Alter, was blitzt da denn hier draußen wieder in Hamburg? Ey, da kriegt es nicht. Defuse! Nein! Schneller! Oh nein! Granaten! Granatenhagel! Ich defuse! Nein! Ich betone! Nein! Granaten, ey! Nein! Alter, wir haben wieder 150 Tickets. Aber das ist auch echt, ohne Scheiß, richtig krass einfach, wie viele Tickets hier. Das ist schon viel, weil... Das ist schon viel, aber wir brauchen auch mal Herausforderungen, ne? Also... So, es gibt, das wird etwa schwerer, weil die M-Komms so ein bisschen weiter auseinander sind. Ja, worauf sollen wir uns konzentrieren? Oh. Ja, markiert hier das Fotglieder, ne? Das Fotglieder, ne? Das Fotglieder muss... Also... B. Oh, als Fotglieder? Ja, okay. Na gut. Dann, dann machen wir das. Aber es ist gar keiner bei A. Ja, bei der A ist keiner, ich geh mir zurück. Ja, komm. Scheiß auf Squat. Ich verweigere dir, mir fehlen. Moiterei! Das muss Teamkul aktiviert werden, woher kommt man von da? Ja, also, ich hab auch schon mal Medi-Pack hier hin. Also, du hast auch schon mal... Ja, ich hab auch schon mal Doppel-Tail besser, hab ich gehört. Ja, ich hab auch schon mal Doppel-Tail besser, hab ich gehört. Die fühlen sich jetzt wohl, die zwei. Ja, ich hab auch schon mal Doppel-Tail besser, hab ich gehört. Ich hab auch nichts mehr da. Ja, ha 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 ha. Ja, ha ha ha. Ich hab gedacht, ihr wollt' herausforderungen. Ich hab gedacht, ihr wollt' herausforderungen. Ja, ha ha ha. Oh, steht' ich rausgesinnt. So, jetzt hätten wir alle dreckigen, wir müssen bei der Aktion halt. Okay, und das ist das einzige, was A verteidigt kommt. Ja, dann bleib ich hier noch mit. Es war ein bisschen langweilig, aber wir können ja spielen. Ja, wir können ja, also, äh, können auch Ritter kommentieren. Und da steht ja im Tor. Ja. Wer? Was? Ja, ich steh vor. Hier zwischen sind zwei Wänden und, äh... Ja, warte, ich versuch' Granate. Und Hetzin! Auf der Torlinie, was ist da denn bloß? Oh, Mann, Mann. Äh... Ich weiß jetzt, wenn A geplantet werden würde. Äh, die haben einen Tank, ne? Wie, die haben einen Tank? Die haben einen Tank. 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 Sag mal, hier ist irgendwie... Brauch. Aber gleich kommt die Gegner hierher und wir sind sofort tot. Warum läuft denn keiner hier hinten rum? Ja. Doch ich halte die Gegner für zu tun. Oh, ich hab grad irgendwo nen Tank. Hä? Einfach in die Menge ballern. Hä? Einfach in die Menge ballern. Einfach da irgendwo rein. Ich frag mich auch, warum ich den nicht treffe. Der Typ da hinten, ne? Mit dem Hitmarker. Oh! Das war heiß und dreckig. Heiß und dreckig, ey. Über deiner Mom, Junge. Ja. Ja, oben auf dem Dach ist ein dober Sniper immer wieder drauf. Auf dem Dach? Ja, bei dem, ähm. Nein, ich wurde gesnipet. Ja, genau von dem meine ich. Wer lebt? Das bin ich, der an der M-Com steht. Und jetzt, wo wir tot sind, kommen sie alle. Oma, halt aus! Zähl Flut! Zähl Flut! Ver... Alter! Ich dachte... Hahahaha! Was ist... Oh! Oh! Da sind aber viele. Alter! Und durch das Loch muss der kleine Ball. Geh mal weg. Tja, jetzt geh mal weg, ey. Moppeko ab, ne? Digga, alter, digga, was geht da ab? Jetzt lass mich hier raus. So, äh, wir sind übrigens nicht mehr... ...ja, irgendwie... ...sind da ein Gegner. Von rechts, von rechts, von rechts. Okay, die sind bei B durchgebrochen. Brech auch gleich was, ey. Nein! Komm, ich komm, ich komm, komm, komm! Oh, fuck! Oh, pass auf! Oh! Oh, fuck, fuck, im Gang drinnen! Scheiße, ich bin da tot! Wieso, was ist denn da? Im Gang sind zwei Typen. Ja, aber jetzt ist es entdeckend relativ. Oh, fuck! Ah, ich hab ihn! Oh, nice! Da sind zwei. Ja, einen hab ich. Da, da ist noch eine, da hat mich wieder. Oh! Auf! Let's down, let's down. Ja, dann bist du da. So, die kommen auf jeden Fall nicht zu den M-Kursen. Können sie eigentlich total verblieben. Können jetzt hier meine Party machen. Da ist schon wieder jemand draufgegangen. Ach, ja. Ich werde wieder aufräumt, so. Oh, man, ich bin down. Gar nicht. Ich bin down, down, down. Das... Oh, wir haben immer noch 100 Tickets, ey. Wir haben die noch. So, schön hier rein. Und da hängt da. Auf die Idee kommt die Tickets hier so hoch zu des. Welcher kommt denn da bitte so gelitten? Ja, der war einfach, der wollte einfach mal. Wir müssen noch was spendieren. Boah, liegt direkt einer unten. Ja. Ich brauche kein Licht, wenn es mal zu machen. Der Blitz, der einfach nicht hier. Oh, hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Hat man das nicht? Naja. Ja, das hat man gehört, ja doch. Ja. Das Ding ist auch echt explodiert. Das wäre lustig, wenn es einfach im Auto ist. Das würde niemals passieren. So, da bist du wieder. So, stell dich hier. Wenn der Muni-Typ hier mal Muni werfen würde. Aber ich habe keine Muni jetzt. Wusste nicht mehr. Ja, ich brauche die Granaten. Vor, vor der Hütte. Vor der Hütte hast du die Muni? Ja, guck mal auf die Minimap. Da ist so ein... Ja, da darfst du ja schon hin. Hm. Jetzt wollen sie zur A gehen, ne? Oh, das ist... Jetzt wollen sie auf A gehen. Ich bin der Einzige. Ja, super. Ganz toll. Ja, ja. Wir haben da ein... Oh, was? Das tut uns leid. Was ist los? Was sind sie denn hier? Da ist ein EOD-Bot. Seht ihr den? Oh nein, ein EOD-Bot. Oh, er fällt da immer noch. Oh, er ist tot. Er hat geblutet. Leiden auf der Straße? Genau gesehen. Kriegst du ihn? Machst du ihn. Das heißt, sie sind klackig. Ah, what the fuck. Von woher kommen die denn? Von links. Nee, von rechts. Ich versuch's hier gerade irgendwie verliebten auszureichern. War auch schon mit dabei. Wunderschön. So. Oh. Fuck. Ich bin down. Gar nicht. Da war noch einer. GAH! Der liegt da. Der steht da. Nee, der steht da. Der läuft jetzt wieder. Der kommt angenommen. Ich bin auch down. Der kommt jetzt zu dir, Homa. Der kommt jetzt zu dir. Da, genau der. Nein. Achtung. Blitz in 3, 2, 1. Ich hätte dich selbst schon gebracht. Donner in 3, 2, 1. Ah, ab zu A. Ab zu A. Ab zu A. Ab zu A. Clemos? Wieso Clemos? Wieso legen die Gegner Clemos hier hin? Irgendwie. Naja. Was kriegt denn der Typ? Ist ja nicht doof. Auch von rechts, von rechts, von rechts. Von rechts, von rechts. Von rechts. Von rechts. Von unten. 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 Heieieiei. Böse Leute. Der ist da immer noch gewesen. Der liegt da noch, oder? Nein. Ne. Was ist jetzt schon ausgeräuchert? Warte rutsch. 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 Scheiße. Oh, das läuft ja immer wieder so sahnecremig scheiße. Cremig. So, was die ist vor bei dir gleich, ne? Geht klar, oder? Ja, das geht nicht. Wo ist dir? Alles klar. Das geht klar. Da unten liegt einer. Hm. Das gehört sich nicht. Oh, Messer. Hahaha. Immer wieder eine Freude. Ähm. Ja. Ach, sind vor die Bobbys, ey. Ja, ihr... Tank! Ja, der ist, der, der fällt auf mich schon gar auf die Mine so hoch wie der ist. Aber ne Träger ist jetzt schon, ich seh das jetzt, der fährt hier direkt rum, der fährt hier direkt rum und stirbt und explodiert in 3 2. Oder auch nicht. Ich war da mit drauf. B wurde gerätet. B. Was, 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 was? Was ist denn da los? Alles zu B, alle Einheiten auf, fort ist zu B jetzt. Ich bin auf dem Weg noch ein bisschen was reviviten. Aua, 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 aua. Diffuse'n, defuse'n. Ich bin down. Ich bin auch down. Die campen, haben umgecampt. Wir, wir defuse'n, wir defuse'n. Haben defused. Wunderschön. Wunderschön. Danke für den Revive. Aua, Granate. Liegt vorm Gebäude. Bei B. Ich hab keine Muni mehr in meinem Magazin. Also das war... Darf wechseln Supporter spawnen. Lauf, lauf, lauf. Wir haben's überlegt. Wir sind gut. Hier oben. 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 Bei dem Häuschen bei B. Ja, wir kommen. Direkt an der Krippe. Direkt an der Krippe. Genau da. Kann ich mich wiederbeleben. Da ist noch einer. Da ist direkt noch einer. Kommt hier gar nicht durch, ey. Lass mich... Pick die! Wo ist der? Direkt um die Ecke. Such mal dich. Alter, wir... Wo ist denn unser Team, ey? Homa, was machst du denn bei A? Wo ist denn unser Team, ey? Das ist hier gar keiner. Ey, ich bin tot. Aber ja, ja. WTF! Ach du Scheiße! Da kam so ein paar in die Ecke. Beispielsweise, gegenüber. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ey. Ich hab ein paar davon abgehalten, aber ich brauch jetzt bei B-Unterstützung. Ich bin jetzt down. Wir sind alle down. Ich hock in meinem Bunker. Mit dem in Berlin. Nein, mit dem bei A. Nein, mit dem bei A. Nein, mit dem bei A. So. Das ist das jetzt. Schon wieder gelegt. Strängt euch mal was an, ey. Ja, da ist doch einer direkt von uns daneben. Warum macht der denn nix? Oh, Feuerschutz. Ja, ja. Wir sind von hinten. Das. Das ist ja jetzt... Ja, Scheiße. Feuerschutz, dann kommt keiner. Wir sind alle da, aber das Problem ist, die... Verstecken sich gerade zu. Die kommen schon an. Boah. Irgendwann, ja. Ah, 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 ah. Ich war der einzige. Oh, ja, ja, ja. Ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf. Drei Leute. Drei Leute? Wie ist defused? Ja, zwei Medics, einen Supporter. Einer legt da, glaube ich, C4 hin. Ich hab einen. Das stimmt jetzt mit seinem C4 hin. Da, da steht er noch. Da steht noch einer. Da steht noch einer. Nein. Ich bin auch down. Fick den. Alter. Dieser Teko. Nein. Kommt schon. Scheiße. Ich glaub, das ist weg. Leute, kommt das schafft ihr. Ne, ist weg. Scheiße. Okay, ist nur noch B. Okay, B. Lauft. 27. Komm, ey, alter. Da ist er. Oh Gott, da dauert er. Ich tut weh. So, wir kämen jetzt hier drin. Genau hier drin kämpfen wir jetzt. Das ist eine ganz... Das ist eine ganz schlechte Idee. Die können auch von hinten kommen, ne? Von hinten, von hinten passt einer auf. Ich... Also, das kann er nicht machen, ey. Bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei. Bin dabei. Ich fass von hinten auf. Bin da. Bin tot. Oh Gott, defuseden wie hinter... Warum hält sich unser Team denn so weit weg davon? Wo ist denn unser Team, bitte. Again. Ich recht! Doch, jetzt schon. Jetzt muss ich laufen. Lauf! Sterbt ihr Wieser! So. Wほker! Ike! Was?! Kommunikation läuft nix Nö Hatte mal ein Claimor Will dir jemand da... Ah sehr schön, nice Kennst mich doch Genau da wolle ich sie auch haben Mein Lieblings Equip Lass mich doch da durch Ich durch, danke Kommt von der anderen Seite Hab einen Der Polacke Ja von der anderen Seite auffassen, auffassen von rechts, von rechts von B Da war... Da sind welche Kommt schon leider noch neun ey, wenn wir das jetzt dann tun, ne das verkacken wir nicht Da, sie kommt von hinten Ok, sie ist da, einer down 7 Nein, 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 das schaffen wir Fünf Mach dir so viele Kills Verdammt, ich bin down, fuck Ich auch Und ich lebe Ich lebe Ich lebe Nein, ich bin down Nein Ich lebe Die haben wieder 7 Tickets, nein Nein, ich bin down Ups, sollten wir Money legen Und du lebst Nein, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe Schleifel Lapp da stehen, bleibt da stehen Einer kommt Und das wars Yes, yes Wir haben mal ne spannende Runde Ja, war gut Ach, der war noch pipifax Wie lange war die Runde denn jetzt eigentlich, war kein Zeitgefühl Ah, keine Ahnung Jetzt ist wer ja angreifen noch, ne? Ja, das, das, das wird jetzt 20 Minuten. Ja, okay, dann wird es insgesamt vielleicht 23 Minuten. Optimistisch, optimistisch, muss ich zugeben. Ja, wir, 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 wir rushen gleich so durch, das gibt's gar nicht, also. Gehen direkt 2 zu A, 2 zu B? Ja, wir teilen uns in Zweier-Dings auf, wir einmal so. Damit rechnen die überhaupt nicht. Ne, damit rechnen die nicht. Und dann sehe ich schon kommen, oh fuck, wir sind alle tot. Bei B, Alter, jetzt direkt... Ich geh, ich geh... Ey, B ist echt scheiße. Ich geh direkt B durch. Nur mein C4, damit du gut bist. Der kommt jetzt durch, ne, und lässt das M kommt, das Leben wieder. Genau, genau. Genau, mein C4, damit du gleich